Freigen Geiseltöter, fucker. Diesen Titel wirst du nie wieder verlieren, ne? Ich weiß schon. Genau, dass die Prei nie wieder das Ding los wird, dass er mit Claess und Geisel vollen Kopfschuss verpasst hat. Fall nachdem er sie beim ersten Mal nicht getroffen hat. Müssen wir angreifen, oder? Nee, wir greifen an. Wir haben bloß schon B. Als ob. Nee, wir greifen an. Wir haben B schon. Wir greifen an. Aber wir verdienen gerade. Wie Bataillon haben wir denn noch? Keine Ahnung. Hier, Munition für dich! Sie seien relativ gut aus, finde ich persönlich. Ich würde nicht schnappen. Die fühlen sich auf A entampfen, ne? Naja, so sieht es jetzt nicht wirklich aus, oder? Ja, wenn das die Runde noch nicht zählt. Letztes Bataillon. Wie, letztes Bataillon? Na. Puschen! Widerlieren Einsatz. Sieht da. Jungs! A, B halten! Also wir holen nicht die Runde noch. Seh ich ganz schön. Ich würde mal ne verdammte Angreifer-Map gewinnen. Fuck, ich würde nicht wegrennen. Wir haben B wieder. Jetzt A. Los! Was? Die oberen A. Ne, wir haben A. Mir egal. Wir rücken jetzt da hin und da 99 Scheiße. Einer! Ich bin tot. Ich habe da ein schweres... Willst du mich flicken? Alter, wir fliehen dir nur Granaten in die Ohren. Ich bin drin! Ich bin drin! Wir verlieren Einsatzziel Bert. Ne. Nicht ihr Ernst. Wir mutigen Männer sind ja noch Freund bei B. Wir werden die A verdirren. Wir haben Einsatzziel Albert. Komm, räume in den Bunker. Rein da! Oh, was ist es dir? Wir haben das. Wir haben das. Wir feiern da rein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt A schimpfere. Rein da! rüber da! Puschen! Ich bin tot. Grammeln nennt man das Ohr heutzutage. Kommen einfach auf B drauf. Wir brauchen den jetzt. Ich weiß nicht, 20 Soldaten. Ne. Jungs, wenn ihr jetzt verliert, ne? Ja, aber das verdammt nochmal B und Schalter A, was auch mal kommt. Ich bin vor Gas, so offen. Schon wieder, ich hab das Gas nicht mal gesehen. Wie kommt's A? Ich spawn bei A. Da halten wir A. Ja, hab ein. Die kommen übel, die sind viele. Wir haben's. Wir haben's doch. Ja, nice. Nice. Voll krass. Ich mein, die haben schon noch Punkte. In die Rollenfliegen, ich kann schon. So, sorry. So, wir pushen beide Klee weiter, okay? Ich bin beide gesteunt. Ja, vergiss es. Vergiss es. Äh, Sanitäter, hallo? Weißt du, was deine Aufgabe ist? Nein, anscheinend weiß er das nicht. Sunny. Äh, nee, nicht Sunny, aber weiter. Ja, ma, so gut wie. Oh, der ist tot. Ja, ma. Ja, seine Aufgabe ist. Nein, schei, schei. Munition, hier! Hier innen! Entschuldigung. Hier ist eine Granate! Heilung, Kamerad. Äh. Befreien! Ich bin direkt. Fugger. Oh. Hä, ich bin auch verbrannt. Hä, ich war full life, Mann. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Ich verstehe diese Hitbox nicht. Ich verstehe es generell einfach nicht. Ich brauche noch B. Manchmal stehen die Inzeln in den Flammen, die sind keinen. Komm, wir sind B-Poschen. Wir vereinigt, äh, amerikanische, äh, äh, bin tot. Ich würde es nicht probieren. Komm, wir hier rein. Komm, wir hier rein. Aber nicht weiter rein, sonst bist du tot. Das ist das Problem. Lana, hör raus! Ich fühl mich jetzt noch nicht wohl. Ach du Gott. Guck dir das. Reiter! Reiter! Ich will alles wieder. Äh, ich kann dir schon nicht wehlen. Ich weiß ja nicht, wie du mich holen willst. Wir haben noch 20 Soldaten. Nein! Ich weiß jetzt selber nicht. Was ist hier los? Wir freuen uns auf. Was ist hier los? Hä, was ist hier los? Alle tot? Hä, ich brenne aber was? Danke, Merkel. Juge, ich habe bestimmt so 20 Leute wiedergeholt. Wow. Ja, tschüss. Wir haben verloren. Das ist das Ende. Wenn so hat, schäuen wir rein. Ihr habt für die Demokratie gekämpft. Ja, für die Demokratie. Ich verneite sich vor euch. Gott, steh uns bei. Man kann nur spekulieren, was passiert wäre, wenn das deutsche Heer die Mars-Agonnen-Offensive zurückgeschlagen hätte. Nach vier Jahren war das deutsche Volk des Krieges längst überdrüssig und das Reich begann zu bröckeln. Und da immer noch amerikanische Truppen in Europa landeten, wäre ein Sieg der Entente wohl noch immer möglich gewesen. Operation Benet-Bau. Ist nur krass reingekommen. Na ja. Alles Leute, jetzt zeigt es mir nichts an. Soll ich dir sagen, wie es ist? Jetzt zeigt es mir schon wieder nichts an. Komm, ich sag dir, wie es ist. Folge ist eh ziemlich kurz. Ich hab kein Wunsch mehr. Sie würden nie wieder sein. So, ich kann es dir sagen. Wir haben gar nichts. 6, 5 hab ich und du hast... Ich hab nur gehealt. 3, 5. Keine Ahnung. Ich seh da nichts. Ich hab nur gehealt. Du hast 6 Reanimationen, sehe ich, ja. Ja, wo siehst du das? Ich hab da... Ich hab da mehr Leute. Seh ich nur mehr kann ich nicht rauslesen. Und du hast kein Battlepack, ich auch nicht. Okay, damit endet die Folge Battlefit 1. Es war relativ kurz. Wir waren schön im Wald spazieren. Haben voll aus dem Mal gekriegt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns später. Bis dahin. Tschüss. Ich bin in kirch. Tschüss. Ich bin in kirch. Bis dahin. Ich bin in kirch.